hallo und herzlich willkommen zurück bei konen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt es freut mich die leute die sie guckt haben dankeschön für den daumen alles drum und dran es macht mir auch spaß aufzunehmen ich hoffe das unterhaltet euch ein bisschen es gibt phasen wo es langweilig ist wo man farmt und naja ist egal gut ich habe jetzt noch ein bisschen online online offline bis in spiel das ist eine ohne aufnahme da habe ich mir jetzt den tier fährig gebaut tier fährig und gut als mit denen mit den den herrscht da uns angegriffen hat da geht nicht zu fangen raus schon versucht haben sei oder so es geht mit den wölfen und das wort dem wollen wir uns jetzt mal holen wenn ich einen finde ein baby wolf so weißt du mal gucken ob ich jetzt hier einen finde weil die wölfe sind sehr stark das ist der hammer als der gaben chance also ich muss brauche eine richtige rüstung oder so auch mit dem mit den sperr ist nicht so prickelnd da ne scheiße sind nur zwei wölfe ich brauche baby wolf da ist da wie mache ich das da ist noch einer da kommt her die kommer schnell weg sich schon anschleichen aber wir sind die mich nicht da sind die klein war das mutter oder vater keine ahnung will ich hin renne ich habe gerade ein frosch im hals ich habe ein baby wolf mit schwund muss man rechnen aber es geht herrlich sehr schön hatte man ich habe ein baby wolf den muss man jetzt füttern hier hier im hinterbegleiter im vor gesperrt und verschiedene futter mitte aufgezogen werden ja zeig mal und ok verkleidung mit da rein gut warte mal da brauche ich jetzt fleisch habe ich fläche wo es nehmen da gehe ich mal schnell jagen seo kein wolf als wirft gerne rum mal gucken geben runde zum herrsch da müsste ja schon da sein sie ist eine futterstelle eingesetzt aber ich dachte die kann man so ein bisschen zahn machen die doch nicht da ist er ja komm ja komm du brauchst nicht zu drohen du bist jetzt futter und zwar ich habe schon mal ausreichend los die können wir noch das ist schlecht ich bräuchte nur noch so und los habe ich ist meine sehr schön und daher ich habe auch noch ja in 1 mit massieren abholtungs messer als stahl gebaut so mal gucken also hier sehe ich keinen trenner erwarte sie ist da drei vater benutzen was benutzen ist bestimmt essen schön zeit acht und hat angezeigt schön das freut mich das meister einen guten bück vielleicht ist der sagt besser so ach so zwischendurch auch habe ich so großes feuer ich weiß kaum jetzt mal macht habe aber ich habe jetzt hier treppen gebaut einmal und das sind sie wie dort ist auch kohle und einmal nach oben gute wölfe verfolgen ein also ich bin schon mal mit geräumt also die wir noch treppensteigen gut 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 da haben wir das heißen hartzahmen noch horchfeld ist keine ahnung das vielleicht bestimmt ach ich weiß wo ich mache ich habe da ja auch ein hausfeld ich müsste mir irgendwann meine rüstung bauen ja zum ab da brauche ich aber ja die rinde genau rinde von der linde gehen wir mal hier runter und holen uns bisschen rinde da haben oder bis wieder bisschen fehl ach das freut mich dass man jetzt so schnell echt nicht gedacht dass man so schnell den den wolf aber wie aber wie ist er gut klar werden wir ein bisschen cola bauen so cool weit 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 gucken was wir hier kriegen nur holz keine rinde gut und dann holen wir noch ein bisschen rinde vielleicht können wir uns jetzt eine rüstung bauen ich habe schon ein bisschen schon was gesammelt aber irgendwie schnelle ich das noch nicht so oder ich habe nicht richtig geguckt ja gut gehen wir mal hoch es wird wieder dunkel sieben rinde reicht das ach mal mal sehen mal gucken was rauskommt ja der genau was braucht der bestimmt irgendwie irgendwas so das haben wir hört die lanse war für den arsch ja ich dachte das kann man so aus bestimmt wenn man so fährt hat oder so kohle warte mal die kohle gleich da hier rein tun weit verkehrt eh erstmal aufteilen machen wir hier rein stein komm stein schmelzen ne ok was macht der stein hier achso bestimmt weil ich hier irgendwas gebraucht habe so stein und machen wir hier kohle und dann holz nehmen wir mal raus das brauchen wir auch wir haben da noch ziegeln elf stück achja sie waren unten so mal gucken was das baby wolf macht wie es aussieht halt ich brauch Licht glaub ich hab da auch mal eine facke dahin zimmern wie es hier aussieht hier ach das dauert ein bisschen ne wie lange dauert das überhaupt gut keine info irgendein bisschen noch mal fleisch sammler da war ja auch noch so eine facke hinbauen warte mal eine facke hin das brauchen wir da alles facke fünf faser ja nur warte mal die faser und waren doch so in den Dings drin jeb so kann mir so 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 warte mal mach ich zweier und dann mach ich dann die vier eins was fehlt denn da noch jawohl zwei stück stech eins zum gehege ja im winter so schön und mach mal eins nach hier oben hin so schön sieht doch schon mal schön aus auch das freut mich jetzt richtig mit dem Wolf wie sieht's hier mit den 20 ah Leder äh Leder das war jetzt ja naja ist egal ähm so gucken wie mit der Rüstung aussieht Leder 20 Leder so ich habe jetzt das sie baut leichte Brust 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 so dann brauche ich jetzt 20 dir heute und 20 dir heute ja 8 aber warte mal er hat es auch nur Polsterung und dann was bräuchte ich da noch wird das ja 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 da mal so das ist das ab wann ist das mittelstark bräuchte ich das und dann das Eisen achso wird das reichen ja rein deutsch reicht das Faser Zwirn so so dann warte mal ich habe jetzt hier Leder wo brauche ich warte mal das also das muss ich machen 5 und 10 und dann dafür dass 15 Stahl das reicht also brauche ich jetzt äh na achso rüber ziehen hallo aber doch mitschern 3 nur also muss ich reicht das 5 kurz zulegen das kann ich jetzt herstellen so habe ich und dann muss ich dann das machen und da brauche ich das Leder und Stahl. Stahl habe ich da. Oder Eisen. Scheiße, Stahl oder Eisen da? Weiß gar nicht. Da hin. Brauche ich es mal hier hin. Mal gucken. Ups. Eisen. Waren das? Hier, gell? Yeah. Ich hab's. Schön. Vielleicht, glaube ich, bessere Chancen. Das nehmen wir zurück. Ach, hier lassen wir mal. Vielleicht können wir noch was anderes bauen. So, Inventar. Ja, sehr schön. Sehr schön. Was können wir noch bauen? Reicht das überhaupt? Mal gucken. So, da. Tschüss. Da brauche ich jetzt eine leichte Stiefel. Foto. Ach so. Ich hab jetzt noch Leder. 14 Leder. 14 Leder. Ach da. Das und das. Das für die Hose. Ja. Das ist Futter. Und dann brauche ich dann... Ja, da mal... Wo war denn das? War das hier? Ja. 8. 16. Nee, das reicht nicht. Aber schön. Das wäre schon mal Brustband selber. Aber für die Handschuhe. Irgendwas für die Handschuhe. Bitte. Brauche ich das. 2 von den leichten und... Ach so. 2 von den... Gleich herstellen. Aber da brauche ich nochmal... Gut. Da kann ich das heute mal. Kurz überlegen. Handschuhe, Handschuhe, Entschuldigung. Der Rüstung, Rüstung. Da brauche ich bestimmt oder Fasern. 100%. Ja, siehst du. Pflänzenfasern, 2 Stück. Habe ich ja nicht. Nur eins. Gut, da können wir schnell Fasern holen. Da können wir uns vielleicht nochmal... Für die Hands was holen. Was ist auch schön wie in der Treppe, ja. Das... Warum nicht runter... Hore runter vorstellen. So, dann gehen wir... Fasern mal gehen. Und uns... Was zu trinken holen. Es muss auch noch eine Möglichkeit geben... Also, man soll die Fasern... Äh, mehrere Fasern. Äh... Da, weil... Hier ist ein Haufen Wölfe. Das ist der Hammer. Sie sind so stark, die Gräbelz. So, Fasern haben wir... Ja. Dann gehen wir schon mal hoch... Und gucken, was wir für die Hände noch bauen können. Haben wir schon ein bisschen... Mehr. So, ich brauche jetzt ja... Handschuhe zweimal. Handschuhklau, wo du noch einmal... So... Ja, einmal herstellen. Oh, ne, gut. Oder zweimal. Äh, immer noch einmal. Gut, da haben wir die. Dann gehen wir mal kurz... Äh, zum... Rüstungsdings. Und tun die zweimal rein. Leichter Handschuhe, ich doch... Ach, äh... Handwickel. Ah, ich habe es nicht richtig gelesen, ne? Kriege ich jetzt die Handschuhe her? Leichter Handschuhe. Gibt es hier was? Hm, toll. Perfekt. Na gut, okay. Geh mal runter mal zum Wasser und dann gucken wir, was... Ach, gucken wir nur zum Wölfchen, gucken wie das aussieht. Das dauert bestimmt was, ja? Oh, das... Das dauert. Und wir könnten mal ein bisschen rumlaufen, gehen mal da ins Wasser, genau, gehen wir ins Wasser und... Halt, verkehrt. Mal gucken. Na gleich mal ein bisschen sammeln hier. Vielleicht kommen wir noch was anderes. Vielleicht finden wir noch andro. Oh, Leute. Schauen wir das. Oh, zwei Stücke, ich habe keine Chance. Oh, zwei Stücke. Ich muss zurück, schneller, schneller, schneller. Vielleicht habe ich schon, ich habe immer auf den Stein. Ah, weg. Gehst du weg. Sehr schön. Ich habe keine Chance, ich habe keine Chance. Zwei Stück. Okay. Kommt hin. Anbrennen. Nee. Keine Chance. Entweder mache ich irgendwas verkehrt, oder... Ich weiß nicht. Na gut. Sind wir hier am Ende einer Folge. Schade drum. Wo stecke ich denn hier fest? Das nervt. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht. Lasst euch einen Daumen oder Kommentar. Oder so. Irgendwas Schönes. Alles klar. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.